Willkommen zurück zur neuen Folge, bzw. zur letzten Folge. Zur Folge 100 von Let's B-Transportführer. So einen Satz habe ich um einen schönen Rückblick gemacht. Heute machen wir noch unser größtes Projekt fertig. Also hier diese S-Bahn Strecke noch. Zur Schnellzugstrecke nicht mehr, aber die S-Bahn Strecke. So und zwar wollte ich hier hinten in Süblingen anhalten. So schlimm wie es klingt, ungefähr hier. Obwohl, warte, wir machen das anders. Wir ziehen das Gleis mal so gerade vor und packen jetzt den Bahnhof heran. So, dann funktioniert das besser. So. Tut mir leid für die Häuser, aber es ist halt mal so. Warte, hier drücken wir nochmal aufrüsten. Ich mache mir noch einen zweiten Straßenanschluss ran. Und dann tun wir hier mal noch eine Straße durchbauen. So. Und so. Okay, der Bahnhof soll eigentlich mal noch ein Stück weiter gehen. Oder könnte man sich eigentlich vorstellen, dass er ein bisschen rüber anschließt. Könnte man eigentlich auch vorstellen, dass der Bahnhof hier ein bisschen Fehler am Platz ist. Aber das könnt ihr nämlich entscheiden, weil am Sonntag gibt es nochmal einen großen Livestream. So einen Abschluss Livestream, habe ich mir so gedacht. Und. 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 Tun wir noch eine Hallstelle mal hinzufügen. Die hier hinten. Und die nochmal. Gibt es einen großen Abschluss Livestream, bei dem es dann auch den Link, oder den Downloadlink, zu dieser Map geben wird. Dann könnt ihr euch die runterladen. Und selber spielen. Ich werde bestimmt hier auch ein bisschen offline noch weiterspielen weiter. Danach ist mich erstmal das Let's Play Transport Fever zu Ende. Denn. Wird auch am Sonntag angekündigt. Das große Community Update. Vorrate ich jetzt schon mal so. Was das bedeutet und was das alles heißt. Das wird dann am Sonntag im Livestream zu sehen. Äh. Aber heute ist ja die wunderste Folge. Heute schauen wir jetzt nochmal zurück. Beziehungsweise müssen wir kurz mal gucken, ob jetzt der Takt die in Ordnung ist. Vier Minuten. Ich würde mal noch einen Zug auf die Airport S-Bahn drauf sitzen. Züge kaufen. Die ganz guten Züge gibt es ja auch noch. Ne, diese weißen, ne. Kommen wir zuerst in zwei Jahren. Das können wir uns die Leistung nochmal anschauen. Äh. Airport S-Bahn. Weg zur Halterstellung. Also nicht elektrisch. Wo ist? Ach stimmt. Ich glaube ich hatte die letzten ist von hier zugewiesen, ne. Wollen wir das von hier nochmal. Airport S-Bahn. Genau. Und hier geht's. Aber hier fällt grad der Zug aus. Wollen die zusammen auf ihrem Gleis? Wie war'n das? Wollen die zusammen auf ihrem Gleis? Nie. Wie war'n das? Wollen wir den hier raus fahren? Wollen wir den jetzt raus fahren? Wollen wir den jetzt zwingend raus fahren? Ja. Aber ich wollte eigentlich gucken ob ich den schafft den zu beholen hier sozusagen. Ich habe das Gefühl die zwei Züge haben ein bisschen strech intakt nämlich. 29,3 Millionen. Na gut. Das hat er. Das hat viele Gründe. Das der so gutes Plus macht. Durch den Güterbahnhof gerammelt. So. Ja die Autos hier müssen öfters anhalten, ne. Ja. Ist viel Stau. Aber das ist doch gerade gut wenn der Stau ist. Da kann sie halt wieder fahren. Fertest du hinten doch der erste Zug schon? Da ist der erste Zug. Der allererste Zug auf dieser Strecke. Was sage ich jetzt nicht? Dann kommt mir bestimmt gleich schon was entgegen. Na ja. Hat sich schon mal so ein kümchen Huckel reingemacht. Aber na ja. Am Sonntag zum Livestream läuft das Spiel ein bisschen flüssiger. Weil da bin ich zu Hause. Da spiele ich mit meinem Rechner halt ein bisschen mehr Power. Außer die Map ist natürlich mittlerweile so scheiße. Weil es das die ohne Marisch geht. Oh die Brücke ist ja ganz schön groß. Das ist nicht gründet. Das ist nicht gründet. Schön. Guck mal da hat sich schon ein klein bisschen was entwickelt hier. Das ist in Ordnung. Also wie gesagt ich werde auch privat noch. Aber das ist alles im Livestream. So wir wollten ja heute nochmal zurück gucken. Unser Gütersystem ist ja auch hier richtig genial geworden ne. Aber das ist auch noch alles aus. Also. Jetzt mal so. Also aus meiner Perspektive was man alles machen könnte. Der Download Link steht übrigens auch hier in der Videobeschreibung am ersten Sonntag. Hier steht auch schon ein Zug. Hier stehen mehrere. Was hast du für ein Problem? Wo wartest du freie Wege? Hm. Bist du der richtige Zug eigentlich? nicht. Güter Zubringer. Nee. Bist du nämlich. Da frage ich mich wie du mich hergekommen bist. Wie ist denn der hier hergekommen? Vor allem wie kriege ich stets wieder weg? Was wollt ihr denn nochmal drüber bauen? Oh Mann. Ah. Ah. Das ist ganz mit Club des Boaen. Ah. Ah. Das habt ihr doch nicht gesehen, was ich hier gebaut habe, okay? Du bist, du hörst eigentlich auf die Strecke. Wo gehörst du denn hin? Du gehörst auch hier rüber. So schlimm wie es klingt, dann müssen wir das gleiche auch noch mal machen. Ja, der wird das so von alleine machen. Aber wie kommen denn die hier hin? Ja, durch das Abreisen und Neubahn haben die sich verfahren. Irgendwas sogar aufgeladen. Das ist ein Kniller, was hier gerade passiert. Ich denke da, dass ich meine Kurven mehrfach benutzen werde. Also hier kommt die Produktion, wenn wir uns stocken, ne? Habe ich ja gar kein Auswärtssignal. Ich brauche auch kein Signal. Ich glaube, ich habe ja Knallhaut ausgetrickst eigentlich, ne? Oh, hier habe ich kein Einwärtssignal. Was ist da? Irgendwas Signal fehlt. Und hier müssen neue Züge drauf. Ganz dringend eigentlich, ganz dringend. Okay, aber trotzdem. Ich wollte ja zurückblicken. Ja, viel gebaut haben wir hier, muss ich ehrlich sagen. Umgebaut, also wirklich. Die Stelle, die hier am meisten mit umgebaut worden ist, war hier gleich nicht. Und jetzt für euch nochmal, was ihr alles reinbauen könnt. Also hier könntet ihr noch... Ne, die Güterlinie steht ja da drüben. Weil die läuft glaube ich noch nicht, oder? Ne. Die muss noch... Also hier habt ihr noch viel zu tun, wenn ihr bauen wollt. Die Güterverteilung noch zum Laufen zu bringen. Den werde ich auch privat, denke ich mal, auch noch hinkriegen. Weil die Städte noch alles verbinden und die Güteranschlüsse machen. Ne, das könnte was schönes werden. Dann könnt ihr auch... Können wir auch mal so machen, was alle so... Schickt mal einfach mal... Können wir da ab und zu mal da zurückschicken sozusagen. Oder bei uns auf dem TS kommen und dann... Äh... Das sozusagen mir überreichen. Guck mal, da ist ein Flugzeug. So eine alte Charterpiste. Die Flughafen müssten eigentlich auch ausgetauscht werden. Um das nochmal zu modernisieren alles. Da hinten zu wollen anscheinend gar nicht so viele fahren. Welchen Zügen stehen denn die hier? TGW 1 stehen ganz schön viele. Wieviel von den Dingern habe ich noch leider vorn? Ein? Ja, für den zweiten hat das Geld nie gereicht, ne? Aber wir haben ja mittlerweile ein bisschen mehr. Passt ja lange eigentlich auch hin. Ich denke schon, oder? TGW 1. So. Damit haben wir den Trakt erhöht. Äh... Ich denke, ich habe eigentlich alle Bahnen komplett lang ausgebaut. Für die Strecke. Ich denke schon, was ist schnell, aber auf der ganzen Strecke sind keine Signale. Aber es ist eigentlich schon vorteilhaft. Na, ist der Zug jetzt ja. Hinterhaupt ein Ende? Aber ich will den unten mal am Bahnhof angucken. Wir sehen, ob der hier reinpasst. Ah, tun wir mal ein bisschen vorspulen. Genau so manche Einfahrten, manche Bahnhöfe, könnte man eigentlich auch noch ein bisschen verbessern. So dass... So dass es... Äh... Bahnhöfe Einfahrten schneller und besser sind. Und wie gesagt, hier der Bahnhöfe wird auch noch 3-Freiheit leiser. Da können wir auch noch Sachen reinmachen. Rosten hier die ersten Straßenbahnhöfe oder sind die generell schwarz? Was ist jetzt gerade ne? Wir werden die Güterzüge wie die parallel einfahren. Find's lustig. Oh ja, der TGW kommt. Ach, der passt ja locker hier rein. Und tschüss TGW. Und tschüss TGW. Was ist denn das hinten für ne Scheiße mit den... Mit den Zügen hier? Ich find das lustig. Bin hier einfach parallel. Hat sich das Bild wieder kurz minimiert? Das ist doch ohne absolute Altbestand, der hier noch mitfährt, ne? Aber ich hab so das Gefühl... dass der Zug... ...ein wenig schneller ist. Ich hab so das Gefühl... Aber der fährt leer, ne? Oh. Ne, irgendwie genau umgedreht. Züge müsstet ihr dann sozusagen eigentlich auch alle nochmal austauschen komplett. Und modernisieren. Mal ein bisschen mitfahren heute ist auch schön. Fassen eigentlich die Züge, die ich hier drauf gesetzt hab? Das wollte ich letztens nur mal gucken. Da steht's doch schon wieder. Du bist doch gar kein Güterverteiler. Doch bist du. Aber der Güterverteiler fährt doch hier lang. Warte mal. Der Güterverteiler hat doch gar nichts hier zu suchen. Der Güterverteiler muss doch auf die Strecke. Wer hat zum Teil weiter dem Güterverteiler gesagt, dass er hier lang fahren soll? Hä? Hä? Was gibt's denn hier extra, die... Ganz ehrlich, brauchst du überhaupt nicht wundern? Warum? Warum das nie funktioniert hat? Ja? 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 Wie? Ja... Wie? So. Oh, die sind ja wirklich alle auf euren richtigen Strecken! Genau, das ist auch so richtig! Das ist so richtig! Steinanlieferung und die Güterverteiler 1. Hier die Strecke steht einfach gerade komplett, ne? Das geht gar nicht! Aber ihr kriegt genau den Spielstand, den ich jetzt hier abgespeichert habe! Den gibt's! Final! In meinem Livestream tun wir einfach nochmal an dem jetzt weiterbauen! Aber das, was wir leisten, habt ihr nicht mit! Das ist eure Entscheidung, ob ihr das baut oder nicht! Also, gucken wir jetzt nochmal ganz schnell drüber! Sind jetzt schon bei uns manchmal nur noch, ist egal! Ob wir jetzt eine funktionierende Map haben! Und dann wird's irgendwelche Züge noch irgendwo rumstehen! Also, vor allen Dingen auf die Güterstrecken! Aber alles andere sieht so aus, es wird sich bewegen! Also, wie gesagt, dann müsstet ihr, wenn ihr das wirklich so beibehalten wollt! Oder ihr reißt das komplett ab und baut das nochmal komplett anders! Na guck mal, ich fahr jetzt in der Stadt mit 3 Gleisen eigentlich durch! Eigentlich 4! Immer für Güter, immer Personenzug, immer das! Und immer jetzt den ICE durch! Nehmen wir das genauso! Den ICE halt hier machen! Hier! Der TGW, da hab ich mir übrigens so gedacht von da hinten halt! Hier! Und hier ist aber nochmal irgendwie einschwenken! Und nach vorne! Weil vorne ist noch eh Haltepunkt für TGWs frei! Damit hätten wir auch noch eine Verbindung zum Flughafen! Da hinten weiter! Und dann könntet ihr! Hier vorbei gehen! Wenn ihr halt nicht, wo ihr hier halten wollt! Eigentlich könntet ihr sogar hier reinfahren! Dann kann man jetzt eine Ringlinie machen! Aber ob es das bringt, ne? Das ist eine andere Frage! Eigentlich könnte man... Also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterbauen! Ich werde dazu, wenn wir mal ein kleines Update-Video bringen! Wie meine Map aussieht! Weil Transport Fever ist jetzt offiziell vorbei! Es wird das ASPK Transport Fever mal geben! Es wird es andere Let's Plays geben! Und mehr Multiplayer ähnliche Sachen! Ich habe gerade ein Flugzeug durchgestartet, weil es nicht landen könnte! Tatsächlich! Die Landebahn ist voll dadurch, dass ich da durchgestartet habe! Das habe ich auch noch nicht gesehen! Also pro Flughafen eigentlich noch eine Fluglinie! Wenn es noch eine Landebahn ist! Na gut! Dann würde ich sagen, das war es an dieser Stelle! Jetzt ist hier aus und vorbei! Die Map steht unten! Ab Sonntag... Ab Sonntag... Ach, obwohl eigentlich... Ich kann ja nicht gleich mit der Videobeschreibung! Die steht unten jetzt in der Videobeschreibung mit drinne! Und... Ja! Am Sonntag um... Uhrzeit, weiß ich noch nicht ganz genau! Wenn ich sie jetzt weiß, dann steht sie auch unten in der Videobeschreibung! Gibt es dann den Livestream! Also, bis denn! Und ich wünsche euch noch ein schönes Leben! Bleibt Philips-treu! Wenn ihr Transport Fever geschaut habt! So dass es nicht ganz alles draus ist! Bis denn! Tschüss!